Die ABS Elektronik Meiningen GmbH ist ihr kompetenter Partner für Dienstleistungen rund um die Elektronikfertigung. ABS Elektronik Meiningen GmbH. Passion for Electronics. Im Süden Thüringens, unweit des Hightech-Standortes Ilmenau mit seiner Technischen Universität, liegt Meiningen. Infrastrukturell bestens vernetzt, klimatisch bevorzugt und mit hervorragenden Freizeitmöglichkeiten ausgestattet. Meiningen, ein geowissenschaftlich bestätigter optimaler Lebens- und Wirtschaftsstandort, mitten in Deutschland. Die Kreisstadt des Landkreises Schmalkalben-Meiningen zeichnet sich neben der wirtschaftlichen Prosperität durch ein überregional geschätztes Kulturangebot aus. Meiningen, die alte Residenz- und Theaterstadt, ist auch Heimat von ABS Elektronik. Die ABS Entwicklungsabteilung steht in enger Abstimmung mit den Kunden. Hier werden unter anderem Leiterplattenlayouts, elektronische Baugruppen und komplette Geräte ganz nach Kundenwunsch entwickelt. Die Fertigung beginnt mit der Bereitstellung aller benötigten Bauteile durch automatisierte Lagersysteme, die eine Rückverfolgbarkeit der Bauteile gewährleisten. Hightech-Schablonendrucker mit Dispenseinheiten und Bestückungsautomaten neuster Generationen ermöglichen den Fachkräften eine effektive SMD-Bestückung. Alles ist möglich. Vom 0201-Bauteil bis hin zu großen Modulbausteinen sind keine Grenzen gesetzt. Lückenlose Qualitätskontrollen dank AOI-Systemen mit innovativen 3D-Optiken garantieren eine fehlerfreie Produktion. In allen Fertigungsbereichen werden die ESD-Richtlinien konsequent umgesetzt. Die Sicherstellung und Kontrolle konstanter Produktionsparameter ist ein wichtiger Beitrag für das hohe Qualitätsniveau. Für die konventionelle und gemischte SMD-Bestückung stehen zwei Selektivlötautomaten zum Löten von THT-Bauelementen zur Verfügung. Neben dem Selektivlötverfahren kommen auftragsspezifisch auch Reflow- und Dampfphasenlötverfahren sowie Bügellöten zur Anwendung. Qualitativ hochwertige, bleifreie Lötprozesse werden auch mittels Schwalllötautomaten realisiert. Die MVI-Kontrolle dient der abschließenden Endkontrolle für die bestückten Leiterplatten. Hier kommen LED-3D-Mikroskope zum Einsatz. Das ABS-Qualitätsmanagementsystem umfasst verschiedenste elektrische Prüfverfahren. Vom Boundary-Scan-Test über Flying Probe bis hin zur kompletten Prüfung über Agilent-Testsysteme. Die in- und ausländischen Kunden von ABS-Elektronik schätzen neben der schnellstmöglichen Auftragsabarbeitung vor allem die hohe Qualität der Erzeugnisse. Die finale Baugruppenmontage rundet das Leistungsspektrum von ABS-Elektronik ab. So verlassen neben PCBAs und Baugruppen in Klein- und Mittelserien von 1.000 bis 20.000 Stück auch Fertigprodukte das Unternehmen. Ein wirksamer Umweltschutz ist Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Die weitgehende Schonung von Umweltressourcen wird durch Wärmepumpen, ein innovatives Wärmerückgewinnungssystem und eine Photovoltaikanlage gewährleistet. Dafür zeichnete der Freistaat ABS-Elektronik mit der Aufnahme in das Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen aus. Mit der 2018 abgeschlossenen Unternehmenserweiterung ist die ABS-Elektronik Meiningen GmbH bestens für die Zukunft aufgestellt. Engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter beherrschen die neuesten Technologien. Alles unter einem Dach. Made in Germany. Aus dem grünen Herzen Deutschlands. ABS-Elektronik Meiningen. Passion for Electronics. Abschirmes. 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 Untertitelung des ZDF, 2020